Yo, Servus Leute und herzlich Willkommen zu einem kleinen Video auf meinem Kanal. Und zwar, ähm, hab ich, ja, wir waren ja, also wir haben jetzt schon Samstag, den 15. Wir waren jetzt genau vor einer Woche im Stadion, ich und der Chris, bei Bayern gegen Nürnberg. Und ich hab, ähm, halt, während des Spiels ein bisschen gefilmt und werd es jetzt hier einblenden. Den Vlog dazu zu München werdet ihr auf Chris' Kanal sehen, der wird dann unten verlinkt sein. Dauert aber jetzt noch ein bisschen, bis der hochgeladen ist, also müsst ihr die nächsten Tage dann mal ein bisschen schauen, äh, entweder aufs Chris' Kanal oder auf dem Video unten in der Videobeschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem kleinen Video und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao. Hier sind die Routen, hier ist unsere Mannschaft, hier ist der deutsche Rekordmeister, hier ist der FC Bayern München. Und die Rekordmeister, hier ist die Routen, hier ist der FC Bayern München. Und zu Nummer 4, Nikas, Süder, die Sieben, Schroff, Ibrahim, und zu Nummer 9, Robert, Erwakowski, und zu Nummer 13, Afinja, mit der Sinsen, Jerome, Wartey, die Sinsen, Leon, Torenska, mit der 22, Serge, Afin, die 25, Thomas, Zula, mit der 27, David, Alaba, und die 32, Joshua, Kessich, die beste Spieler für das Tor am FC Bayern, das ist uns die Nummer 27, Sven, Ulreich, die 2, Sandro, Wagner, mit der 5, Franz, Zufrech, und zu Nummer 6, Tiago, Tia, Kemi, Martinez, mit der 29, Kikri, und das war nun nicht unsere 25, Rhinando. Ganz alles noch heute unter dem Regie, unseres Trainergespatz, die Assistenten, Peter Herrbach, und Robert Kobach, und natürlich unser Chef-Trainer, Nikko! Kobach! In der 9. Spielminute, Tor für den FC Bayern München, der unsere Nummer 9, Robert! Wir haben einen neuen Spielstand, FC Bayern München, der erste FC Nürnberg, danke! Bitte! Wir haben einen neuen Spielstand, der erste FC Nürnberg, 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 der erste FC Nürn In der 27. Spielminute TOR! Für den FC Bayern München! Erste ist ein Rattelkracher von Leon Goretzka. Und dann war der Totschützer unsere Nummer 9. Frieder Heimladenberg. Robert! Wer hat das Spiel? Robert! Wer hat das Spiel? Robert! Wer hat das Spiel? Wer hat das Spiel? Haben wir einen neuen Spielstart? FC Bayern München? Zwei! Erste FC Nürnberg? Wur! Wer hat das Spiel? Nichts! In der 56. Spielminute, TOR für den öffnesten Maler München. Doch uns für Nr. 7, Frank! Vibery! Frank! Vibery! Frank! Vibery! Neuer Spielstart, Gäste Bayern? Nein! Dürnberg? Nein! Danke! Liebe!